Militärin kommt zu meiner Stadt und dann kommt eine Kugel in meiner Brust hier. Das Kugel bleibt mir zweieinhalb Jahre in meiner Brust. Ich bezahle. Jemand muss ein Boot zum Meer geben. Mit 450 Leuten. Ich und meine Frau und meine Kinder und diese Leute, viele Kinder, vielleicht 60 oder 50 Kinder, erfahrt einen Tag. Danach ist das Boot kaputt. Ich komme nach Dortmund. Ich bin ein Jahr gelernt. Der Integrationskurs bis B1 ist bestanden. Ich muss eine gute Arbeit suchen. Ich hatte ein Praktikum für einen Tag im Monat beim Sternen Norden. Das erste Mal koche ich für 250 Leute arabisch. Und jeden Monat koche ich einen Tag auch für 200 Leute. Und jetzt, drei Jahre, ich bin in Sternen Norden. Ich helfe Sternen Norden und Sternen Norden helfen mir auch. Und wenn jemand kommt, spricht arabisch, nicht deutsch. Ich kann klären und übersetzen. Ich helfe Flüchtlinge. Ich helfe Flüchtlinge. Weil viele Leute, wenn ich komme, neue Flüchtlinge. Viele Leute mit Deutsch helfen mir. In Sternen Norden alle Mitarbeiter, nicht alle, aber viele Christen. Und wie vor zwei oder drei Monaten, ich hatte gesagt, ich möchte eine Bibel gelesen. Der Chef sagt gerne, er gibt Geschenke, eine Bibel. Ich lese die Bibel und ich verstehe das alles. Und eine sehr gute Erklärung in der Bibel. Das ist sehr, sehr gut. In zehn Jahren, ich hoffe, ich und meine Familie sind alle gesund. Und ich habe gute Arbeit nach zehn Jahren. Ich behlam Edge. In die nächsten 10st haben wir hier. Oder mit über dem Agenten. Nach der necesario späten mösen Sie ein Kerchen. Wir hoffen, dass wir uns auch mit meiner re reparieren. Das ist großartig.